Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Die schlechte Nachricht vorab, Darkest Dungeon, hm, ich hatte gesagt Samstag oder Sonntag, jetzt haben wir Sonntag, ich war jetzt auf dem Geburtstag, das war nicht geplant und deswegen kommt jetzt das Video auch ein bisschen später und generell läuft die Tage jetzt auch so, das reine Leben nicht so rund, so als ich das von der Woche angekündigt hatte, war das alles, wäre das alles kein Problem gewesen mit zwei Videos am Tag, jetzt muss ich erst mal gucken, also ja, ich gehe stark davon aus, dass es irgendwann in den nächsten Tagen wieder besser wird und dann sollte das dann auch kommen. Ich ärgere mich halt schon wieder darüber, dass ich echt gesagt habe, ja, dann oder dann, das ist halt echt fatal für mich, weil das kann halt, ne, von einem Tag auf den anderen kann sich das alles überschlagen. Gut, das nur nebenbei, wir haben jetzt 397 Gold, ich würde direkt sagen, wir gehen hier vielleicht schon zum Shop und da könnten wir vielleicht auch zum Shop, dann gucken wir einfach mal. Und ich hoffe jetzt mal, das kriegt auch jeder mit, der den Beitrag dazu gelesen hat, als ich das angekündigt hatte. Ich hoffe mal, das schaut auch jeder, hier Slay the Spire. Aber ich will da jetzt auch irgendwie, ich will da jetzt nicht noch irgendwie schon wieder so einen Beitrag schreiben. Hin und wieder ist das mal ganz okay, aber irgendwie waren das jetzt auch schon wieder viel zu viele. So, Verschlingen benutze ich jetzt natürlich nicht. Und, ja, Berserker. Schmettern, okay. Schaden, nicht so okay. Also, ich mache das jetzt mal. Uff, tata. Ähm. Ich mache das jetzt so, auch wenn wir dann schon mehr Schaden kriegen, aber ich brauche halt auch, ne, die Energie. 16 mal 2 ist natürlich schon super. Unangenehm. Das ist dann auch noch wenig. Ach Gott, das war natürlich jetzt auch ein super, super blödes Timing. Das war ja jetzt verdammt nochmal. Und ich hätte, ja, okay. Das ist, oh Gott, das ist halt super unangenehm. Habe ich das schon gesagt? Ich muss halt so mit Berserker aufpassen. Schwäche erkennen, ja. Das wäre durchaus was, wo ich sagen würde, okay, mehr Stärke ist nicht verkehrt. Kann man auch immer wieder benutzen. Und... Ah, Flamme dahieb ist jetzt so eine Sache. Klangschale will ich jetzt nicht nehmen. Toter Ast brauche ich auch nicht. Planetarium finde ich auch ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, ich habe schon 21 Karten. Ähm, gut, ich muss die halt auch nicht alle nehmen. Das wäre halt so eine Option, wirklich, wenn ich nur Mist habe. Und dann halt noch die Kartenauswahl zu erhöhen. Flamme dahieb ist halt echt... Also ja, ne? Also ich könnte... Ein... Das wäre natürlich auch okay. Also das wäre halt nicht verkehrt. Das macht nur mehr Schaden. Aber wir können ja jetzt Stärke ein bisschen kriegen. Und niederreißen wäre dann drei schwach. Und Schwäche erkennen, vier Stärke, ne? Wäre halt auch noch eine Option. Deswegen bin ich halt jetzt echt am überlegen. Nehme ich jetzt Flamme dahieb mit und gucke, dass ich die möglichst oft aufwerte. Aber... Ich behaupte einfach mal, ne? Man sollte vielleicht gucken, dass man die Karte... ...im ersten Akt bekommt. Auf jeden Fall... ...schmeiße ich einmal Verteidigen raus. Ich nehme jetzt Flamme dahieb noch mit. Ich habe jetzt hier auch so viel Gold. Äh, das kann uns erstmal egal sein. Verwundbar auch Panikknopf. Damit habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Deswegen gucke ich da auch gar nicht mehr drauf. Metamorphose. Ja, zufällige Angriffe. Ist halt auch, ne? Ist halt wieder Zufall. Ich spare mir das Gold lieber. Dann gehen wir vielleicht da noch zum Shop. Und gucken einfach mal. So. Wir könnten jetzt direkt mit Niederreißen starten. Und vielleicht auch schon schmettern. Aber ich würde trotzdem schauen, dass wir... Können wir jetzt auch komplett blocken. Dann machen wir das lieber so. Und das dann auch hier mit Verschlingen richtig zu timen. Je mehr Stärke ich mir natürlich gebe, desto besser oder einfacher wird das. Aber ich habe die Befürchtung, das wird nicht allzu oft hinhauen. Und mit Schwäche erkennen komme ich jetzt auch nicht weiter. Geistergeisterrüstung spiele ich einfach, weil... Sonst ist es weg. Und jetzt haben wir Berserker und 9x2. Okay, ähm... Was ist das denn jetzt hier für eine Hand? Jetzt mal ernsthaft. Das ist mir eigentlich zu viel Schaden, ne? Also eigentlich ist mir das echt zu viel Schaden. Und ich werde jetzt das hier nehmen und Feueropfer spielen. Weil ich wollte mir jetzt den Schaden überhaupt nicht mehr fangen. Und wir haben jetzt... Wir hatten mal Doppelungstrang bekommen. Das ist super. Doppelschlag wäre natürlich auch sowas. Für Verschanzen haben wir irgendwie... Ja... Ist ein bisschen... Äh... Schwierig. Also wir haben jetzt nicht so Block... So Wahnsinnsblock, aber... Ich nehme das mal mit. Weil blocktechnisch sind wir ein bisschen schwach aufgestellt. Ich nehme das Gold, weil da ist direkt ein Shop. Dann haben wir 352. Dann hätten wir jetzt hier... Immer wenn du TP verlieren würdest, verliere einen weniger. Hm... Okay. Spielzeug-Ornithopter. Wir haben einen Trank. Pastillen, ja. Ja. Aber gut, das mache ich dann vielleicht einmal. Und dann bräuchte ich einen Debuff. Aufrüsten wäre natürlich jetzt super. Hier mit... Mit... Mit Flamme da hieb dann. Um das ein bisschen zu verstärken. Und ich glaube, ich nehme dann auch einmal Aufrüsten mit. Und wir schmeißen hier nochmal... Ja, verteidigen ist halt doof. Ich nehme jetzt einfach mal einen Schlag. Und... Entropisches Gebräu. Das wäre auf jeden Fall auch noch was. Oder ein Blocktrank. Ich glaube... Ich glaube, ich nehme das hier und ich nehme den Blocktrank noch mit. So. Und dann können wir... Also ich müsste jetzt schon schauen, dass ich möglichst viele Lagerfeuer mitnehme, um die Karte dann noch aufzuwerten. Um den Schaden, so gut es geht, dann auch zu bußen. Rechts hätten wir noch einen Shop, aber wir haben eh kein Gold mehr. Deswegen gehen wir jetzt hier lang. Wir schmieden. Und... Ja, Berserker wäre halt auch. Ich muss eigentlich, glaube ich, erstmal Berserker nehmen. Beziehungsweise aufrüsten. Ah... Ich nehme jetzt erstmal Aufrüsten. So. Ich könnte ja Berserker auch damit aufrüsten. Das wäre dann halt jetzt noch ein Bonus. Okay, wir nehmen direkt... Bei denen nehmen wir direkt schon Entflammen. Das machen wir. Dann haben wir da Block. Dann machen wir damit schon 23 Damage. Und... Aufrüsten haben wir. Verschlingen haben wir. Jetzt hat das endlich mal geklappt. Niederreißen spielen wir auf jeden Fall. Und ich nehme jetzt hier auch schon den Blocktrank. Weil, ne? Gerade wenn ich jetzt aufrüsten will... Ähm... Aufwerten will die Karte. Ich muss halt gucken, dass ich kein Leben mehr verliere, damit ich die Karte dann halt aufrüsten kann. Oder aufwerten. So. 5,40. Das ist alles gerade... Wow. Ist das eine blöde Hand. Wow. Ist das echt doof. So viel zum Thema. Keinen Schaden mehr nehmen. Das wären 12. Das wären 24. Das wären 27. Das wird alles nicht... Wobei, es reicht doch. So. Feueropfer. Jetzt nicht Damage. Ist natürlich schon... Nicht verkehrt. Davon nehmen wir jetzt nichts. Und hier... Ich ruhe mich jetzt hier mal aus. Weil ich würde doch gerne noch einen Elite-Gegner mitnehmen. Eventuell. Oder ich mache es mir einfach. Ich kann es mir natürlich einfach machen. Prinzige Truhe. Ja, okay. Und sage... Hey, wir... Das könnte natürlich dann hier auch schon wieder Ende sein, wenn es doof läuft. Deswegen... Hm. Ich glaube, ich... Ja, ich mache mir das jetzt einfach. Ich mache mir das jetzt echt einfach so. Einmal niederreißen. Schwäche erkennen. Jawohl. Perfekter Schlag. Verteidigen. Auf jeden Fall. Schmettern. Verteidigen. Schlag. Oh, das ist eigentlich ganz okay. Dann kann ich jetzt mal Verschanzen nutzen. So ist das natürlich schon... Nett. Zorn kostet jetzt zwei. Das ist jetzt nicht so nett, aber auch nicht so das Problem. Weil wir haben genug Energie. Und hier nochmal Feueropfer. Und so ist das natürlich auch sehr nett. Gunst der Schmiede brauche ich jetzt eher nicht so wirklich. Nochmal Flamndaheep. Wäre aber auch ein bisschen blöd. Bodyslam ist halt auch für das, was ich an Block habe, irgendwie nicht so... Nicht so toll. Gut. Ich muss auf jeden Fall eigentlich Flamndaheep. Zumindest so... Ja. Wenn ich es einmal aufwerte, dann sind wir, glaube ich, bei 16 Damage. Das wären dann 8 pro Energie. Das wäre schon okay. 12 ist halt ein bisschen wenig. Weil das wäre dann quasi zwei Schläge. Und deswegen... Ich nehme jetzt... Ja, komm. Ich nehme jetzt Flamndaheep erstmal. Und versuche das über die Schiene. Das ist ja super doof. Alle Schläge entfernen. Und Max TP verlieren ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, okay, ich habe nicht... Ich habe zu wenig Block. Hätte ich mehr Blockkarten, hätte ich bessere Blockkarten, würde ich das nehmen. Aber so... Nee, das ist mir... Nee, nee, nee. Weil dann muss der nur einmal richtig einen reindrücken. Dann kommt das zweite Mal, wo er mir einen reindrückt und dann bin ich platt. Okay. Verschanzen. Ist ja auch super. Super. Toll. Brauchen wir nicht. Wir haben Schmettern. Und dann solltest du möglichst schnell drauf gehen. Vielleicht können wir durch dich hier gleich schon Max TP bekommen mit Verschlingen. Das wären 10. Das wird dann auf jeden Fall schon reichen. Jawohl. Dann kriegen wir jetzt hier Aufrüsten. Entflammen werde ich auf jeden Fall spielen. Ich habe schon wieder so eine Hand nur mit Angriffen. Das könnte halt echt zum Problem werden. Das ist ja super, dass die Karte jetzt hier 31 Damage macht. Berserker ist halt auch so eine Sache. Jetzt wo er angreift, will ich das halt auch nicht nehmen. Habe ich bisher auch sehr blöd teilweise immer bekommen. So, einmal das bitte. Wir können jetzt hier eh nicht so viel machen. Das wären 22. Das ist halt auch unangenehm. Weil er halt knapp überlebt. Aber gut. Hier Feueropfer. Bodyslam. Nee. So, was haben wir hier? Ein Shop. Ja, okay. 133 Gold. Damit kommen wir jetzt nicht so weit. Bluttrank. Also, ich würde halt echt sagen... Ich schmeiße hier Gunst der Schmiede raus und hole mir einen Bluttrank. Dann haben wir 81. Karte können wir jetzt nicht mehr entfernen. Und Allheilmittel ist natürlich auch... Ja, ist schon okay. Ich nehme das mal mit. Ich habe halt, ne? Jetzt wieder 23 Karten. Ich habe praktisch keinen Card-Draw bis auf Nymphs gelassen. Was mich jetzt auch nicht so weit bringt. Und hier Gremlinhorn. Aber das ist bei Bossen zum Teil auch ein bisschen blöd, wenn da keine Ads sind. Und ich schmiede jetzt hier direkt. Und ich nehme auch wieder... Ich nehme jetzt direkt wieder Flammerheep. Schwäche erkennen wir halt auch eine Option. Oder vielleicht auch Berserker. Niederreißen. Wenn ich halt nichts anderes hätte, würde ich auch Niederreißen nehmen. Dann für dreimal schwach. Aber wenn man da Gegner mit Artefakten hat... Artefakten ist das halt... Auch erstmal nutzlos. Ja, ich nehme... Ich habe so viele Karten schon. Ich habe keinen Card-Draw. Das dauert halt auch ein bisschen, bis ich mehr Stärke durch Schwäche erkennen zum Beispiel bekomme. Das dauert zu lange. Dann setze ich eher hier auf Flammerheep. Und mit ein bisschen Glück kann ich die dann noch aufwerten. Wobei das bei der Kartenanzahl auch schon ein bisschen unwahrscheinlich ist. Und hochheilen. Wir haben halt den Bluttrank. Das sollte jetzt auch erstmal kein großes Problem sein. Dann können wir erstmal so draufhauen. Und aufrüsten ist schon mal sehr nett. Berserker ist halt jetzt wieder... Ist wieder ein sehr doofes Timing. Das ist halt echt wieder ein sehr doofes Timing. Hätte ich halt schon direkt gerne genommen. Aber... Nee. So, in Flamme auf jeden Fall. Und jetzt habe ich wieder Faschanzen und halt nur Angriffe. Das ist halt echt das Problem. Das ist halt jetzt echt das Problem. Ich nehme jetzt hier schon den Bluttrank. So, einmal Blutbad. Zorn, Schlag. Ich muss eigentlich möglichst schnell Stärke bekommen. Irgendwas in der Richtung. Allheilmittel ist jetzt schon mal ganz okay. Dann spielen wir nochmal nimmst gelassen und gucken, was wir kriegen. Niederreißen oder Schmettern. Ich nehme jetzt erstmal Schmettern. Weil wir halt auch noch nicht so viel Stärke haben. So, er greift jetzt leider nicht an. Wir haben Schwäche erkennt. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das Problem. Wir haben... Nicht genug. Also, was heißt nicht genug? Wir haben keinen Cardroar. Ich bräuchte Cardroar. Das hält jetzt noch zwei Runden. Ich nehme jetzt einmal Niederreißen. Weil der gleich sowieso wieder angreift. Genau, dann macht er... Jetzt habe ich wieder Berserker. Das ist halt echt das Problem. So. Was können wir denn noch kriegen? Verteidigen ist jetzt irgendwie nicht so das, was ich gerne hätte. Aber nun gut. Aufrüsten. Jetzt hat das mal geklappt. Aber durch die Anzahl der Karten und kein Cardroar ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich die beiden Karten auch auf die Hand bekomme. Ein bisschen... Ein bisschen schwach. Ein ganz bisschen schwach. Aber damit können wir eigentlich erstmal noch ganz gut Schaden machen. Und Zorn ist halt auch so eine Sache. 33 mal 2. Ja. Okay. Also... Also wenn ich aufrüsten spiele, niederreißen und verdoppelungstrank nehme und dann verschanzen spiele. Kriege ich immer einen 20 Block. So, dann nehme ich jetzt entropisches Gebräu und wir kriegen Fertigkeitstrank, Schaden und wieder entropisches Gebräu. Das ist ja super. Flammenwall. Ja, danke. Mann. Das hätte auch anders ausgehen können. So, das nehmen wir. Ich muss halt... Ich muss Damage machen. Wenn er gleich nochmal so eine Nummer abzieht, kriege ich echt ein Riesenproblem. Schon wieder Berserken-Wand, der dann Schaden macht. Das ist halt... Hm, nicht so der Wahnsinn. Verschlink spiele ich trotzdem nicht. Ach, 37 mal 2. Ja. Hm. Danke fürs Gespräch. So, ich gucke nochmal, was das hier gibt. Bluttrank. Okay. Stacheln. Okay. Chaos-Destillat. Ja, ich krieg dich nicht platt. Also es wird halt... Es reicht nicht. Ich kann halt, ne? Und ich mach auch weniger... Ich hab weniger Block hier. Ich hab eh keine große Option, aber es reicht halt nicht. Ja. Genau das, was ich sagte. Zweitens mal so, so ne Sache. Beim ersten Mal konnte ich mich da noch durchmogeln. Aber da hat jetzt auch irgendwie Block gefehlt. Aber ich hab auch irgendwie keine Blockkarten großartig gesehen. Ganz ehrlich. Ich hab diese ganzen Angriffskarten bekommen. Na gut. Dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir. Und bis bald.